schönen guten abend ihr lieben benny freilinger hier vom lagerverkauf freilinger in gießen heute montagabend ungewohnte zeit natürlich liegt es an weihnachten freitag haben wir nur bis 14 uhr geöffnet deswegen wäre es nicht sinnvoll für unser mittwoch das video zu machen und wir haben so viel schöne war heute bekommen weihnachtsware ist gekommen bisschen kühlware ist bekommen ich zeige euch das mal da könnt ihr die letzten schnäppchen vor weihnachten machen wir fangen an hier das ist ein wunderbarer nikolaus 100 gramm mit smarties drin der koste normal 99 cent bei uns 29 cent wir haben hier diese nikolaus route hier mit allen möglichen kleinteilen drin die kosten noch mal 2 99 bei uns halber preis 1 50 schlägt das mal hier weg das ist ein knaller das ist der bio christstollen also butter christstollen mit 27 prozent rosinen der kostet nachweislich 4 99 im handel der kostet bei uns ein euro das ist ein knaller preis bio zertifiziert hier ein euro dann aus dem hause reber ganz hochwertige weihnachtsmann schokolade kosten normalerweise steht auch drauf 3 99 haben wir verschiedene motive gibt es für einen euro von reber milker weihnachtsmann tafel schokolade die kosten normalen euro 99 wir machen jetzt für euch was machen wir 49 cent lebkuchen vollmilch oder ich glaube zartbitter gibt es auch wir haben verschiedene sorten da die große box 500 gramm machen wir einen euro coppenrad mini spekulatius die kosten irgendwie 99 cent normalerweise 49 cent wir haben hier die king karts waffelnüsse gefüllte waffelnüsse teil schokoliert da machen wir was machen wir für euch da hinten wird es angezeigt der denkt ich kenne die preise nicht 59 cent butter spekulatius ohne schokolade und hier ist das gleiche mit schokolade sind beide sehr gut 200 gramm 59 cent nein falsch ich weiß ja wirklich meine preise nicht 50 cent besser ob laden lebkuchen mit schokolade oder hier runde braune lebkuchen 88 cent mandel brinten aus dem hause king karts 79 cent hier haben wir noch mal die lebkuchen box 500 gramm einen euro dann haben wir die domino steine 250 gramm vollmilch und zartbitter gibt es auch 79 cent zimtsterne von balsen die sind teuer die kosten normal 249 euro nur und die guten zimtsterne von schulte hier die sind auch recht teuer normalerweise da machen wir 79 cent zentis marzipan kartoffeln winterpunsch 49 cent hier der ganz große oschi marzipanbrot 500 gramm schwer ist ein richtiger prügel könnt ihr jemanden mit erschlagen da kostet normal 3 99 wir machen 1 99 pralinen haben wir bekommen eigentlich zwei sorten wir haben eine jetzt hier 180 gramm langes datum pralin auslese 1 euro es geht weiter mit den feinen sachen von reber marzipan mozart kugeln hier gibt es alles und zwar zum halben preis ja hier statt 5 99 steht drauf wir haben gemacht 2 99 die mozart kugeln das gleiche hier die ganz wunderschönen geschenk verpackungen jetzt zu weihnachten 20 euro 60 ja ganz frische ware halber preis 10 euro 30 hier wir haben alle möglichen verpackungen 8 euro 50 4 25 hier die ist auch sehr schön 8 99 4 50 oder hier die auch sehr sehr gut hier 14 15 45 da hat er gemacht 7 75 ja ist ungefähr die hälfte sehr gut hier haben wir nochmal spekulatius was ist das so doppel keks spekulatius 59 cent allerhand neues hier lübecker edel marzipan ich bin immer noch ein bisschen heißer bin noch nicht ganz gesund 250 gramm 1 euro 29 nochmal gekommen ihr habt alle danach gefragt die waren längst ausverkauft feodora die kleinen täfelchen die kosten normal 4 99 2 99 jetzt geht es weiter onkel benz reis gerichte 1 29 naumburger schinkenspeck schöne stücke da sind wir was haben wir davon preis die sind ausgewogen 8 30 das kilogramm so circa fünf euro plus minus immer ein bisschen hoch ein bisschen runter fünf euro das kilo super preis für wirklich gute ware rogette ofenkäse hier spart jetzt zwei euro an so einer schachtel der kostet über vier euro 2 29 magi salatkräuter die fünfer sechser pack ist das hier 59 cent die würzpasten da mir verschiedene sorten da 59 cent alle 59 cent gibt noch mehr und hier sehr gut käse bockwurst ist auch wieder war die ein kilo packung zu 4 99 findet ihr hier bei uns im lagerverkauf freilinger gießen marburger straße 127 und hier nochmal gekommen milka weihnachtsmänner in vielen verschiedenen sorten der große hier zu preis von nur einem euro und hier retter sport haben wir auch einiges an weihnachtssüß waren die gibt es auch hier wirklich zum halben ladenpreis da kann man nicht meckern hier nochmal die weihnachtsmann salami da haben wir schon einiges verkauft hier winter salami nikolaus salami wie auch immer ein schönes geschenk ich finde das wirklich gut tricks weiter siebener pack mhd ist jetzt gerade vorbei aber die schokolade schmeckt natürlich jetzt noch viel besser weiße tricks ein euro der siebener pack und hier noch für die amerika freunde da kommt gerade angeflogen hier family size sauer patch mit über 800 gramm sind da drin hier weiß es jetzt nicht über 800 wo steht 816 gramm 9 euro 99 und was kommt hier haben wir noch jede menge twinkies cupcakes und so weiter die machen wir für 5 euro 99 das war es hier noch mal die weihnachtsmann 3